Wer diese glückliche Familie sieht, ahnt nichts von dem, was sie in den letzten Jahren und Monaten durchgemacht haben. Seit sechs Jahren sind die Tanzlehrer Nicole und Jakob schon ein Paar. Doch ihr so dringender Kinderwunsch will sich einfach nicht erfüllen. Ich kann ja gar nicht so gerichtsgebergen, merke ich jetzt schon, dass es wieder so hochkommt. Also da haben wir im Frauenarzt dieses Nicht-unter-Druck-Setzen, klar. Das wird ja immer überall. Es passiert dann, wenn man es nicht erwartet, sagt man ja immer. Aber wir wollen tatsächlich wissen, warum es gerade jetzt nicht passiert. Weil wir haben uns nicht unter Druck gesetzt. Wir haben gesagt, wir möchten ein Kind, ja. Aber wir haben gesagt, und wenn es jetzt zwei Jahre dauert, ist es okay, aber es ist ja nicht gewöhnlich. Man sagt ja, bis zu einem Jahr ist es völlig normal. Aber dann war es halt schon über ein Jahr, dann waren es schon über eineinhalb Jahre und es wurde irgendwie immer mehr. Die beiden suchen sich Hilfe in der Kinderwunschklinik in Kiel. Nach mehreren Beratungsgesprächen, Therapien und Untersuchungen dann die Empfehlung zur künstlichen Befruchtung. Ja, da redet ja auch niemand drüber, ne? Genau. Keiner redet über künstliche Befruchtung und dann seid ihr dieses Pärchen oder wir wollen dieses Pärchen, die das machen müssen. Und man weiß ja auch, wie viel das kostet, ne? Das ist schon extrem. Das ist wirklich extrem. Allein die Kosten haben uns natürlich auch so ein bisschen einfach... Sorgen gemacht. Ganz genau. Sehr große Sorgen gemacht sogar. Doch Nicole und Jakob haben großes Glück. Sie finden eine der wenigen Krankenkassen, die die Kosten zu 100% übernimmt. Dem jungen Paar fällt ein riesiger Stein vom Herzen. Ja, vor allem, weil man hat ja eh schon viele Sorgen, ne? Und das ist dann so eine große Last weniger. Ganz genau. Und das hat uns so viel erleichtert, ne? In dieser Zeit. Das war... Als wir diesen Brief hatten mit der Genehmigung, waren wir so glücklich. Ja, vielweil. Und entgegen ihrer Erwartungen klappt es tatsächlich beim ersten Mal. Nicoles Schwangerschaftstest ist positiv. Ich hab's auch gar nicht geglaubt, weil wenn man so lange jeden Tag oder jeden Monat wieder einen negativen Test hat oder seine Periode bekommt, dann glaubt man da nicht mehr dran. Genau. Man glaubt nicht mehr, dass man irgendwann eine Kugel bekommt, dass man irgendwann diese zwei Striche, wie man auf die sehnsüchtig wartet, das ist Wahnsinn. Und dann auf einmal sind sie zwei Striche. Ja. Ich hab's nicht geglaubt. Ich hab, glaub ich, jeden Tag einen Test gemacht und immer war positiv. Die Schwangerschaft verläuft bis auf etwas Übelkeit wie im Lehrbuch. Bis kurz vor der Geburt. Dann meinte die Ärztin, ich bin der auch so dankbar wirklich, ähm, meinte, wollen wir nicht nochmal einen Ultraschall machen? Und ich so, ja klar können wir gerne machen, weil sie freut sich immer so die Babys zu sehen, ne? Und ich hätte gar keinen gebraucht, weil ich hatte erst vor kurzem einen und das war ja wirklich nur dieses Gespräch. Aber hätte sie das nicht gesagt, ich weiß nicht, was sonst was passiert wäre, wenn sie das nicht gesagt hätte. Weil dann hat sie gesehen, dass ich kaum noch Fruchtwasser hab, ähm, was innerhalb von zwei Wochen so passiert sein muss, weil davor war alles noch gut. Genau. Und dass er sehr, sehr klein war, hat sie auch gesehen. Dann hat sie gesagt, ähm, dass ich da bleiben muss und wahrscheinlich in ein paar Tagen mein Kind kennenlernen. Dann war ich erst mal total geschockt, weil er hat draußen gewartet, na, wir wollten nur noch einkaufen gehen und alles. Ähm, ja, aber dann bin ich da geblieben. Ähm, dann hat auch nochmal der Oberarzt geguckt und auch nochmal das gesehen und auch gesagt, ja, lieber hierbleiben, lieber einleiten für die Wehen. Dann haben wir, glaub ich, drei Tage versucht, mich einzuleiten. Im November kommt dann endlich der kleine Nu Jamil zur Welt. Per Kaiserschnitt. Und das Schlimme noch dabei, wir müssen halt wirklich ihn einmal noch überprüfen, also wir müssen ja mal untersuchen, ob alles okay ist. Also haben sie nur ganz kurz gezeigt, wir haben ihr wirklich nur ein Augen mit gesehen und sofort weiter. Zwei Kinderärzte haben schon gewartet, äh, während der OP und haben ihn mitgenommen dann zur Untersuchung. Und dann haben die gesagt, ja, wir holen sie gleich dazu, wir holen den Vater gleich dazu und, äh, erklären wir auf jeden Fall, ob alles in Ordnung ist und wie auch immer. Und Zeit vergegen, fünf Minuten, zehn Minuten, 15 Minuten. Ich könnte so beschwinden, das wäre fast eine halbe Stunde. Ja, und während die da bei mir rumgedoktert haben und mich wieder zugenäht haben, habe ich die ganze Zeit nur gesagt, wann holen die ihn, ne? Wann holen die dich denn? Weil wir wussten ja nicht, was mit ihm ist. Genau. Und dann kam endlich eine der Kinderärzte, oder ich glaube eine Schwester kam, ja, und hat dann, äh, hat dann gesagt, sie dürfen jetzt mitkommen, wenn sie zu ihm ist. Und, äh, ich ging dann mit und anstatt zwei Ärztinnen, die ich eigentlich erwartet hatte, war auf einmal der Oberarzt auch mit dabei. Und ich dachte so, jetzt ist was los. Jetzt ist wirklich was los. Dann komme ich rein, er liegt eingewickelt unter der Wärmelampe auf dem Tisch und der Oberarzt fängt mich sofort ab. Ja, also jetzt sehen wir es, ich werde Ihnen sofort sagen, was Sache ist. Ihr Sohn hat Trisomie 21. Und als ich das gehört habe, alles weg. Ich stand komplett neben mir. Und dann habe ich ihn gesehen, wie er da auf dem Tisch lag, mich angeschaut hat durch seine kleinen süßen Augen und die Zunge ausgestreckt hat. Und ich habe einfach geweint, ging an dem Gesicht gestreit und dachte mir, es ist mir egal, ich liebe dich, mein Junge. Ja, und dann habe ich es ihr auch erzählt. Und sie ist dann auch sofort in Tränen ausgebrochen. Eigentlich komisch, aber zu dem Zeitpunkt wussten wir es nicht besser. Man wurde auch nicht so richtig aufgeklärt darüber, wir haben es halt nicht erwartet. Man hat halt eigentlich nur die schlechten Sachen erzählt, ne? Genau. Man hat gesagt, also man hat, was man eigentlich, nicht nur die schlechten Sachen, das ist falsch, aber, ja, die Kinder sind ja so glücklich. Ja, ich meine, ganz ehrlich, jedes Kind, das in einer richtigen Familie aufwächst, ist glücklich. Das hat nichts damit zu tun, dass er das Down-Syndrom hat. Aber dieser Satz, das ist so ein nerviger Satz, auch jetzt noch, ne? Und dann hat man aber gesagt, ja, aber er wird wahrscheinlich nie selbstständig werden. Woher willst du das wissen? Kannst du das bei einem Kind ohne Down-Syndrom sagen, ob das jemand selbstständig wird? Ganz genau. Kannst du doch auch nicht sagen. Das sind jetzt so Sachen, die wir im Nachhinein natürlich denken, ne? Ja, letztendlich wurde uns so viel, ähm, wie heißt er, so viel Angst gemacht und so viele Sorgen, die sich jetzt letztendlich alle nicht bestätigt haben. Ganz offen. Er hat keinen Herzfehler, er hört perfekt, er entwickelt sich mega gut. Klar kann es auch anders laufen, aber ich finde, man sagt ja auch nicht, dein Kind kann vielleicht mal Depressionen bekommen. Dein Kind kann vielleicht mal Selbstmord gefährdet werden oder sonst irgendwas. Das sagt man doch auch keiner Mutter, die jetzt gerade auch ein Neugeborenes bekommen hat. Das hat man uns aber nur gesagt, weil er das Down-Syndrom hat. Und das finde ich so falsch. Da wollen wir halt wirklich einfach die Menschen so ein bisschen auch aufklären, gerade weil wir ihn haben und er ist wirklich einfach ein Goldschott. So viel Liebe, wie er uns an den Kind bringt, das ist unglaublich. Wir dachten auch, es wurde uns auch gesagt, ja, Down-Syndrom können dann die lächeln erst ganz spät. Die haben eine ganz verspätete Reaktion und ganz empfindlich. Ich hatte gesagt, das kommt alles zu spät. Er hat nach den ersten zwei Monaten gelächelt. Ja, das war so schön. So weiß ich noch ganz genau, eines morgens habe ich ihn gefüttert, habe ihn an seinen Wangen gekitzelt und dann guckt er mich da, lächelt. Ich so, oh, gleich nochmal. Und lächelt wieder. Und gleich nochmal, wieder gelächelt. Nicole und Jakob setzen sich von da ab für Inklusion ein, bieten sogar eine Babygruppe in der Tanzschule an. Die können zu mir in die Babygruppe kommen, egal was das Kind hat. Und auch zu uns, das haben wir auch extra nochmal dazu geschrieben. Wir hatten so einen Post bei Facebook reingestellt, dass sie in alle unsere Gruppen, weil das lernen wir unseren Kindern schon von Anfang an, unseren Schülern, dass egal wo du herkommst, egal wie du aussiehst und egal wie gut oder wie schlecht du bist, schlecht wo kann man ja gar nicht sagen eigentlich, du kannst bei uns mitmachen. Egal ob da jetzt ein Profitänzer dabei ist und du bist gerade voll der Anfänger, das ist völlig egal, weil du wächst ja miteinander. Und deswegen ist es auch egal, ob es jetzt ein Kind ist mit Down-Syndrom oder ein Kind, das kein Down-Syndrom hat oder im Rollstuhl sitzt oder nicht im Rollstuhl, das ist völlig egal, das ist Integration, äh Inklusion. Auch einen Rat an andere Mütter, die sich in einer ähnlichen Lage befinden hat, Nicole. Nicht lesen, kannst bestimmt nicht lesen. Weil in Google stehen die schlimmsten Sachen, das ist wirklich so. Lieber mit anderen Eltern, die auch die Erfahrung haben, wirklich die Erfahrung, nicht mit Ärzten, nicht mit Pflegern, die es nur gesehen haben und nur kurz gesehen haben, sondern wirklich die mit, wie bei uns, mit dem Kind aufwachsen, mit dem Kind wachsen, mit solchen Menschen reden und nicht nur mit Fachpersonal. Auf jeden Fall. Das ist das, was ich empfehlen kann, das hat uns geholfen, einfach auf das Kind einlassen. Man sieht, wie alle drei strahlen und wie glücklich die kleine Familie ist. Nach all dem, was Nicole, Jakob und ihr Baby durchgemacht haben, ist da noch ein weiteres Kind geplant? Auf jeden Fall, ja. Haben wir direkt gesagt. Von Trisomie 21 gibt es ja drei verschiedene Arten, wie sowas entstehen kann. Und eine davon ist die Translogationstrisomie, das heißt, einer von uns beiden hätte eben das mitvererbt, das war am Anfang für uns totaler Schock und wir dachten so, mein Gott, wir können nur ein Kind bekommen. Aber mittlerweile haben wir, bevor wir den Termin dann bei der Humangenetik hatten, haben wir schon gesagt, es ist uns egal, selbst wenn noch fünf Kinder mit Down-Syndrom kommen, es ist uns egal, weil, man muss sich nur angucken, ne, ne, Bibi? Ja.